Hallo, in wenigen Tagen findet die digitale Predigerkonferenz statt und du bist eingeladen. Am 3. Juni von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr wollen wir über das Thema hoffnungsvoll reden. Wir leben in einer unruhigen Zeit und die Menschen sind auf der Suche nach Hoffnung. Und Gottes Wort will uns Hoffnung geben. Wir haben vier tolle Referenten gefunden. Dr. John Lennox spricht über das Thema Hoffnung im Leid. Dr. Samuel Pfeiffer, Hoffnung wieder die Angst. Alexander Schick spricht über Jerusalem, wenn Trümmer zur Hoffnung werden. Und Dr. Roger Pugh spricht über hoffnungsvoll leben. Was sagt die Bibel dazu? Und wenn du dabei bist, kannst du für dich selbst lernen, was Gottes Wort dir an diesem Abend zu sagen hat. Aber du kannst auch lernen, wie du anderen Menschen helfen kannst, dass sie wieder Hoffnung schöpfen und hoffnungsvoll leben. Also in diesem Sinne, sei dabei. Melde dich an und lade andere ein, dabei zu sein.